Nach knapp 50 Folgen Talent Watch ist es Zeit, Bilanz zu ziehen. Bei welchen Talenten lage ich mit meinen Prognosen goldrichtig und bei wem habe ich es verkackt? Ich glaube, ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich mir in den letzten eineinhalb Jahren eine gewisse Expertise in Sachen Talenten aufgebaut habe und dass man deshalb meinem Urteil trauen darf, nur halt nicht jedes Mal, wie wir gleich sehen werden. Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge Talent Watch. Mein Name ist Conan und ohne Witz. Seit meiner ersten Folge Talent Watch, am 12. Februar 2021, reden wir im Team davon, irgendwann einen Rückblick zu machen auf all die Talente, meine Prognosen und die Entwicklung der Spieler. Und heute ist es soweit. Und passenderweise habe ich in dieser ersten Folge gleich mal voll ins Schwarze getroffen und darauf bin ich bis heute stolz. Es ging damals um Darwin Nunez und ich sagte folgendes. Robert Lewandowski ist mit 32 Jahren immer noch der beste Stürmer der Welt. Aber auch er weiß, in zwei bis drei Jahren werden die Bayern für ihn einen Nachfolger brauchen und sollte Plan A, Erling Haaland, nicht funktionieren, dann braucht es einen Plan B. Und für diesen Plan B gibt es in Portugal einen sehr interessanten Mann. Da war alles drin. Jetzt, eineinhalb Jahre später, war Haaland lange Zeit der Favorit der Bayern auf die Nachfolge von Robert Lewandowski und Nunez ist neben Haaland und Dujan Blavovic das größte Neuner-Talent der Welt und immer wieder bei den Bayern im Gespräch. Und im Gegensatz zu Fionbos Ansage wird Lewandowski nicht nochmal ein bis zwei Jahre bei Bayern verlängern und die Bayern können sich nicht erst 2023 um einen Nachfolger kümmern. Und ich bleib dabei, Nunez wäre ein Mega-Kandidat für die Bayern. Immer noch erst 22 Jahre alt, dieses Jahr 34 Tore für Benfica gemacht und er wäre im Sommer zu haben. Aber anscheinend wollen ihn die Bayern nicht. Trotzdem ist Nunez heute eines der größten Talente der Welt und ein sehr respektabler erster Name meiner Talon-Watch-Ära. Deswegen Note 1 für diese Prognose. Meine meistgeschaute Folge Talon-Watch mit über 220.000 Views enttäuscht mich ein bisschen. Denn der Spieler hat nach wie vor brutale Anlagen und war zwischenzeitlich auf dem besten Wege ein echter Star zu werden. Yusuf Demir. Von daher ist für mich, ehrlich gesagt, nicht einer dieser großen Top-Klubs in der Gerüchteküche der richtige nächste Schritt für Yusuf Demir. Ich finde, er muss irgendwo hingehen, wo er Spielzeit sammelt. Er ging aber zu dem Top-Klub, den er so sehr liebt, zum FC Barcelona. Und ich kann es verstehen, als junger Spieler von Rapid Wien lehnst du ein Barca-Angeboten nicht ab. Aber die Zeit in Spanien lief für ihn nicht optimal. Ein paar anständige La Liga-Spiele waren dabei, auch Champions League. Aber nach einem halben Jahr ging es im Winter ohne Torbeteiligung zurück zu Rapid. Und das ist ehrlich gesagt schade. Denn Yusuf Demir hat am Ball eine besondere Gabe. Und ich hoffe, dass wir sie bald dauerhaft in einer Top-Liga sehen. Meine Prognose hier war nicht falsch, aber irgendwie auch enttäuschend. Note 3. Im April 2021 spielte sich ein Talent aus der Dortmund-Jugend in den Fokus. Vor allem durch seinen 3-2-Sieg-Treffer gegen den VfB Stuttgart. Damals war schnell die Rede von Jadon Sanchos Nachfolger. Und ihr sprachet euch in einer Umfrage für einen Stammplatz in der BVB-11 aus. Ansgar Knauf war richtig am Durchstarten. Und das war einer der wenigen Fälle, in denen ich auf die Euphorie-Bremse getreten habe. Denn nach meiner Analyse von Knauf hatte ich das Gefühl, dass er noch ein bisschen Zeit braucht. Und deswegen hätte ich ihm empfohlen, mal auf eine Laie zu schälen. Zu einem kleineren Bundesliga-Klub, wo er mehr Spielzeit bekommt. Wo man auf Konter spielt, wo er seine Schnelligkeit ausspielen kann. Wie zum Beispiel die TSG Hoffenheim. Knauf blieb beim BVB, wurde wenig eingesetzt und ließ sich im Winter dann doch verleihen zu Eintracht Frankfurt. Und wir alle kennen den Rest der Geschichte. Drei Tore und zwei Vorlagen später ist er Europa-League-Sieger und sorgte gegen Barca und West Ham für besondere Momente. Aber eben nicht in Dortmund, sondern als Leihspieler mit mehr Spielpraxis. Und deswegen finde ich es gut, dass er noch ein Jahr bei Frankfurt bleibt. Meine Prognose hier war nicht schlecht. Note 2. Interessanter Kommentar. Er wird niemals so gut werden wie Neymar. Falls er es doch werden sollte und jemand diesen Kommentar in 10 Jahren lesen sollte, dann gebe ich dir einen aus. Es sind seit diesem Video keine 10 Jahre, sondern nur eins vergangen. Aber ich glaube, das reicht, um festzustellen, dass es sich hier um einen meiner schlechtesten Takes aller Zeiten handelte. Und ich habe heute für euch einen Youngster dabei, der in Brasilien als das nächste ganz große Talent gilt. Also wir reden hier von der Kategorie Neymar, Pato, Gabriel Jesus. Streng genommen ging es hier um den Hype in Brasilien und nicht meine eigene Aussage. Aber ich gebe offen zu, damals habe ich wirklich geglaubt, dass Gabriel Veron eine richtige Rakete wird. Es hat einfach alles gepasst. 18 Jahre jung, der damals wertvollste Spieler in ganz Südamerika mit einem Marktwert von 25 Millionen Euro und ein geiler Spielstil, den ich bis heute feiere. Jetzt sind es nur noch 12 Millionen Euro Marktwert, die großen Gerüchte um 50 Millionen Euro Angebote aus Manchester sind alle verflogen und Veron spielt bei Palmeiras keine zentrale Rolle mehr. Ich weiß nicht genau wieso und vielleicht kommt da ja auch noch was, aber Stand jetzt muss ich euch einen ausgeben für diesen absoluten Schnitzer Note 6. Unser heutiges Talent ist vielleicht das größte, das wir jemals bei Talent Watch hatten. Das ist mal eine steile Aussage, aber bei diesem 17-Jährigen habe ich wirklich Gänsehaut bekommen und aktuell ist er mit einem Marktwert von 60 Millionen Euro der wertvollste Minderjährige der Welt, Gavi. Das muss man sich mal vorstellen. Der Junge hat dieses Jahr 34 La Liga Spiele gemacht und ist Stammspieler in Spaniens Nationalmannschaft mit 17 und er hat dieses Niveau konstant gehalten. Unfassbar. Gavi zu analysieren war wie als 8-Jähriger Weihnachtsgeschenke aufzumachen. Es war die pure Freude. Und es ist weiterhin ein Erlebnis ihm beim Kicken zuzusehen, aber ist er jetzt wirklich das größte Talent Watch Talent aller Zeiten? Ist zumindest diskutabel, denn zu Zeiten von Christoph hatten wir hier Namen wie Erling Haaland oder Ansu Fati. Deshalb Prognosenote 1-. Der BVB holte im Sommer ein Talent, das zum einen Jadon Sancho vergessen machen sollte und zum anderen der neue große Style im Angriff der Dortmunder neben Erling Haaland werden sollte. Mit Jadon Sancho verlässt eines der größten Talente der Welt die Bundesliga. Das ist wirklich schade und ich verstehe jeden enttäuschten Dortmunder, aber macht euch mal nicht allzu große Sorgen, denn Sanchos Nachfolger ist eine absolute Vollgranasse. Und schon nach 13 Sekunden dieser Folge wissen wir, Conan, das hast du verkackt. Zugegeben, ich war nicht der Einzige, der Daniel Mahlen richtig viel zugetraut hat. So 20 Tore und Highlights am Fließband. Aber es hat bei ihm einfach nicht klicken wollen. Er war nicht so dynamisch, nicht so selbstbewusst, nicht so tödlich, nicht so kreativ, nicht so gut, wie wir es alle erwartet hatten. Nach seiner ersten Saison in Dortmund steht er bei 5 Toren und 6 Vorlagen in der Bundesliga. Das ist jetzt natürlich nicht bodenlos, aber eben auch weit weg von einer absoluten Vollgranate. Leute, ich calle es jetzt. Wenn Mahlen sich gut einlädt beim BVB, dann hat Dortmund den krassesten Sturm in der Liga. Tja, jetzt ist Haaland weg und Dortmund sucht wieder einen neuen Stürmer. Vielleicht klappt es ja mit dem besser für Mahlen. Note für diese Prognose, ihr Minus. Sehr zufrieden bin ich übrigens mit meinen Einschätzungen zu Julian Alvarez, der gerade für River Plate 6 Tore in einem Spiel gemacht hat und zu City wechselt und zu Harvey Elliott, der vor seiner Verletzung teilweise Stammspieler bei Liverpool war. Eher Belasto war mein Rating von Mikkel Damsgaard, der nach seiner starken EM mit Dänemark bei Genua quasi gar nicht zu sehen war, auch wegen Verletzungen. Und zu Ilaish Moriba, der nach seinem Ekelabgang von Barca zu Leipzig nichts gerissen hat und jetzt bei Valencia immerhin Stammspieler ist. So, und welche Note würdet ihr mir jetzt nach eineinhalb Jahren Talentmotsprognosen geben? Schreibt es in die Kommentare und dann sehen wir uns übernächste Woche wieder, denn ich mache jetzt ein bisschen Urlaub. Wenn ihr dabei sein wollt, folgt mir gerne auf TikTok. Bis dann, haut's rein.